Hi und willkommen zu meinem zweiten Video. Das ist heute das Spezielle. Dieses Mal zeige ich euch, wie ich Halloween feiere. Mit meinen tollen Kostümen, das ich euch auch schon vorher gezeigt habe. Der Stift 7. Mai-Karte. Obwohl ich kein 7. Mai gelaufen bin. Naja, vielleicht zählt es trotzdem. Also, süßes oder sauberes? Cool, Schokolade. Ich esse eigentlich kaum Schokolade. Aber doch, sind cool. Man könnte ja jetzt theoretisch mal abgibig nur isst, entschuldigt mich, versuchen es noch mal zu versuchen, etwas Süßes zu erhaschen. Süßes oder saures? Tja, sahen die kleine Artikel. Also doch eher das Saure. Aber so ist das mit Eltern. Sie kümmern sich immer um. Und das ist der Nachteil, wenn man nicht raus auf die Straße geht und dort Halloween feiert. Tja, so verbringe ich Halloween. Ich wünsche euch noch ein schönes Happy Halloween. Und ich hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.